Deutschland und Großbritannien werden im Jahr 2028 erstmals durch eine direkte Stromverbindung miteinander verbunden. Das Projekt NeuConnect verknüpft die Übertragungsnetze beider Länder auf einer Länge von etwa 720 Kilometern. Die Stromverbindung soll eine Kapazität von 1,4 Gigawatt in beide Richtungen haben. Sie wird neben britischem und deutschem auch durch niederländisches Hoheitsgebiet verlaufen. Ab 2028 soll die Leitung bis zu eineinhalb Millionen Haushalte mit Strom versorgen. Die Kosten des Projekts werden auf etwas weniger als drei Milliarden Euro beziffert. China hat den Bau des größten Offshore-Solarkraftwerks der Welt im Gelben Meer vor der ostchinesischen Provinz Jiangsu begonnen. Wenn die Anlage im kommenden Jahr fertiggestellt ist, soll sie eine Leistung von 200 Megawatt bringen. Das Solarkraftwerk auf See wird aus 3,5 Millionen Photovoltaik-Modulen in 480 Arrays gebaut. Der dazugehörige Energiespeicher an Land hat eine Kapazität von 400 Megawattstunden. Die New Yorker Generalstaatsanwältin hat sich mit dem bankrotten Kryptogelddienst Genesis darauf geeinigt, dass bis zu zwei Milliarden Dollar an geschädigte Kunden fließen. Genesis wurde vorgeworfen, Teil eines Betrugssystems gewesen zu sein, mit dem Menschen um insgesamt eine Milliarde Dollar betrogen wurden. Mit den zwei Milliarden Dollar soll die zwischenzeitlich in den Konkurs gegangene Firma nun dafür sorgen, dass die Geschädigten jeweils so viel Geld bekommen, wie ihr Kryptogeld heute wert wäre. Die Schauspielerin Scarlett Johansson hat OpenAI vorgeworfen, ohne Erlaubnis ihre Stimme nachgeahmt zu haben. OpenAI hatte am Wochenende angekündigt, eine Frauenstimme der hauseigenen KI-Systeme vorübergehend deaktivieren zu wollen. Johansson kritisiert, dass selbst engste Freunde die Stimme namens Sky nicht von ihrer eigenen unterscheiden konnten. Nachdem sie Anwälte eingeschaltet habe, habe OpenAI widerwillig zugestimmt, Sky offline einzunehmen. Diese und weitere aktuelle Nachrichten finden Sie ausführlich auf heise.de.